Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele, heute mit dabei im Tagesorakel. Doreen Virtue mit Engel begleiten deinen Weg. Wundervolles Kartendeck. Und noch viel schöner, Christine Arana-Fader, seelenreiche Impulse und Botschaften aus der Matrix deines Seins. Sehr, sehr empfehlenswert, die Königsklasse von Angelina Schulze und mit dabei auch ich, Timo Posowett. Und ich würde mich freuen über dein Like, dein Kommentar und dein Abo. Und nach dem Schnelldurchlauf geht's auch direkt in die Botschaft von heute. So, liebe Seele, dann schauen wir doch mal direkt rein, was der Tag für dich bereithält. Es sieht sehr spannend aus und es geht auch gleich los mit Janty. Ich bin der Engel des Friedens. Ich bringe dir neue Ruhe und zukünftig einen sanfteren, zarteren Weg. Was für eine wundervolle Startbotschaft, denn die letzte Zeit war ja schon sehr, sehr, sehr achterbahntechnisch unterwegs. Und die Friedenskarte, so am Anfang zu ziehen, bedeutet auch, dass heute ein sehr harmonischer Tag wird. Ja, natürlich hat jeder Tag immer so negative plus positive Impulse, aber auch jeder negative Impuls hat was Positives in sich. Das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen wird heute herzenstechnisch aufgeräumt. Und herzentechnisch aufgeräumt bedeutet, Wunden der Vergangenheit dürfen jetzt endlich mal von dann gehen, sodass Frieden in dein Herz kehren kann. Wir sehen aber auch die Positivität im Verlauf deiner Sexualität. Auch hier kommt mehr Einklang bei dir an. Das bedeutet ein besseres Körpergefühl, aber eben auch Menschen, mit denen du das teilst, also dieser Mensch, mit dem du das teilst, je nachdem. Das geht auf eine Art und Weise der gleichen Werte. Auch das ist sehr, sehr schön. Und wir haben für dich eine Lösung des Außens. Und das bedeutet, dir wird die Meinung des Außens nicht mehr so wichtig sein, als sie bisher war. Auch das bringt natürlich Frieden in dein Inneres und vor allem Ruhe. Und diese Ruhe in deinen Gedanken, die du dann spürst, die befreit dich aus dem Labyrinth. Denn die Zwischenmenschlichkeit zählt heute in der Liebe. Da ist heute sehr, sehr viel präsent. Hier kann ein Partner kennengelernt werden. Hier kann aber auch die Positivität der Kompromissschließung stattfinden. Und das Allerschönste, wenn du schon in einer Partnerschaft bist, kommt hier der nächste Schritt. Denn die Zweisamkeit bringt heute die reine Fülle. Zukünftig der sanftere Weg ist natürlich, dass du heute Entscheidungen fällst, dass du nicht mehr allein deinen Weg gehen musst. Und das ist jetzt ganz gleich, ob du sagst, ich weihe meinen Partner jetzt mal in alles ein, was mich so bedrückt. Oder deine Freunde, bekannte, verwandte Familie. Oder dass du jemanden wie mich suchst, der dich begleitet. Ganz gleich, du machst es nicht mehr vom Außen abhängig. Das ist wichtig. Du stehst zu dir, zu deiner emotionalen Welt und bringst somit eben Harmonie und Gleichklang, Einklang, Gleichgewicht, wie auch immer du es nennen magst, in dein System. Ja, und dann siehst du hier, es geht dann richtig gut weiter mit Folge deinen Visionen und behalte stets im Blick, was wirklich wichtig ist. Und das ist etwas, was du jetzt für dich mal reflektieren darfst. Was war dir in letzter Zeit denn sehr wichtig? Was konntest du richtig greifen? Wo warst du ein wenig, ja, zurückgestellt, wenn du an Beziehung denkst, wenn du an Geld denkst, wenn du an Beruf denkst, an die Gesundheit, an Freunde? Wann hattest du wirklich deine und deine wichtigen Werte im Blick und hast auch der Vision dann darauf gesprochen? Und wann hattest du dich so im Außen ein wenig verloren oder in der Meinung des Außens? Der Ablöseprozess hin zu deinem Herz und weg von der Meinung des Außens ist etwas ganz Spezielles, weil du wirst dich nochmal stärker selbst kennenlernen und dadurch natürlich eine ganz neue Art der Visionskraft für dich entwickeln. Die Visionskraft, dass du Dinge, Themen, Situationen viel mehr in Harmonie lenken kannst, wenn du bei dir bist. Und das ist natürlich auch wieder Heilung, 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 was wunderschön ist und dir auch deine wahren Ziele offenbart. Wundervoll. Ja, hier haben wir Grace und Antoinette. Grace und Antoinette sagen dir, um diese Situation zu heilen, betrachte den Standpunkt des anderen voll mit Gefühl. Wenn du jetzt bei dir ankommst, dann kannst du ja erstmal Mitgefühl für dich selbst haben, denn diesen Blickwinkel hattest du schon lange nicht mehr. Wenn du jetzt aber noch einen Schritt weiter gehst, kannst du verstehen, dass andere in dir auch immer Heilerin sehen. Nicht nur energetisch, sondern auch im Wort. Und dass dein Wort sehr viel Magie besitzt, um andere zum Nachdenken zu bringen. Dass da eine Reflexion stattfindet, die andere so nicht wirklich lenken können. Und deine Intuition lenkt dich dann in deine Stärke der Wahrhaftigkeit und zeigt auch auf, du hast dieses Mitgefühl schon in dir. Du musst es nur wieder herholen. Denn du wolltest durch deine Heilkraft immer das Leid abnehmen und hattest daher Mitleid, weil du verstehen wolltest, wie man sich fühlt, anstatt Mitgefühl, dass du mitfühlst. Also Mitleid ablegen, Mitgefühl stärken und dann natürlich für dich mit Grace und Antoinette auch einhergehen, dass gerade im Freundeskreis heute du diejenige bist, die sehr viel Mitgefühl zeigt, aber eben auch in einem gewissen Punkt bekommt. Und zwar geht es hier um die Thematik Geld, die bei dir aber gar nicht so schlecht liegt. So, folge dem Weg deiner Seele und lasse dich von nichts und niemandem aufhalten. Ja, das ist schon mal ein weiterer Schritt deiner Vision. Das ist gut, weil du beginnst auf dein Herz zu hören, nach deinem Herz zu entscheiden. Du beginnst auch jetzt mal deine Samen der Zukunft zu sehen und so ein bisschen abholzen, was die Vergangenheit hat stehen lassen, was nicht zu dir gehört, entsorgen. Und dann kommt auch hier so ein Feld der Fülle, nicht nur der zwischenmenschlichen Fülle, sondern auch der Thematik von der großen Vereinigung mit deiner Seele. Folge dem Weg deiner Seele ist dann auch ein guter Schritt für dich, um in Tatkraft zu kommen, aber zeitgleich eben auch diese Ecken auszukehren, wo du ein bisschen Missgunst vielleicht verspürst in deinem Leben oder Neid oder vielleicht Eifersucht, dass diese Themen gar nicht zu groß werden können. Gleich ran, dran und das Thema bearbeiten und dadurch natürlich ganz klar auch den Fokus auf Heilung von dir weiter haben, weiterhin auch die Stärke deiner Seele aufzeigen und somit einen großen, großen Pluspunkt für deine innere Ruhe nochmal ausleben. Sehr, sehr schön. Serena haben wir noch. Ich bin der Engel der Fülle, haben wir schon gesagt. Du wirst das Geld bekommen, das du brauchst. Wie das geschehen wird, liegt in Gottes Hand. Und hab Vertrauen. Und hier kommt es eben, dass du jetzt an das Gute glauben darfst. Auch wenn du dich für hohe Ausgaben entscheidest, du wirst das Geld bekommen. Die Geldsorge ist nicht so groß, wie sie deinem Impuls im System, in deinem Warnsystem entspricht. Denn das, was du lebst, ist ja nur ein Mangelgefühl von einem Verhaltensmuster, was du antrainiert bekommen hast. Nicht, was du lebst, sondern was du antrainiert bekommen hast. Und deswegen kannst du hier ganz klar loslassen. Geldthemen regeln sich von allein. Auch wenn du sagst, jetzt habe ich hier und da noch Ausgaben, ich weiß gar nicht, wie ich das stemmen soll. Du wirst es hinbekommen. Bei dir geht alles jetzt in die lichtvolle Zeit über. Ja, da kommt nämlich noch ganz viel für deine Ziele hinzu. Also bleib in der Ruhe, bleib in deiner Sanftmut, komm zu dir und erkenne, dass immer eine Lösung parat liegt und reflektiert für dein Leben auch immer eine Lösung in dein Leben kam. Ganz egal wie. Ja, wow, hatten wir schon lange nicht mehr. Eine Partnerschaft der neuen Zeit, jetzt ist sie möglich. Hier in der zwischenmenschlichen Ebene haben wir ja gesagt, es kann Partner gefunden werden, es kann hier das nächste Level angehen, Kompromisse können gefällt werden. Also in der Liebe ist heute sehr, sehr starke Verbindung zu spüren. Die Partnerschaft der neuen Zeit ist aber nicht nur die Liebe im Zwischenmenschlichen, sondern auf allen Ebenen. Auch mit deinem spirituellen Sein, das bedeutet, dass du dich noch mehr selbst akzeptierst. Oder auch im materiellen System, dass du spürst, dass du ein Magnet bist. Du bist ein Magnet, der sehr viel anzieht, der sehr viel Kraft ausstrahlt und der auch das Glück in sich trägt, was er anziehen möchte. Und wenn du das verstehst, dann weißt du auch, dass das deine Ziele sind und deine Ziele dann eben deinen Visionen folgen dürfen. So geht es voran, so geht es nach vorn für dich und das zeigt eben auch der Weg des Tages. Erst kommt die Ruhe, dann die Harmonie, die Zielstrebigkeit und dann lösen sich die Sorgen auf. Das ist schon gut, zeigt aber auch auf, dass es heute dann turbulent werden könnte. Nicht turbulent von deiner Gemütslage her, sondern von diesen positiven Emotionen, die du so manchmal gar nicht greifen kannst. Wir haben die Harmonie in der Liebe und hier kommt eine Veränderung herein. Das ist sehr, sehr schön, weil es aufzeigt, endlich kommt die gewünschte Veränderung. Da muss man jetzt nicht mehr lange warten. Sehr schön. Die Tatkraft für deine Visionen liegen jetzt in deinem neuen Ziel, in deinem neuen Lebensweg. Folge dem Weg deiner Seele wird hier auch mitgenommen. Das ist natürlich umso besser, weil du verstehst, es geht darum, dich deinen seelischen Gaben näher zu bringen, aber auch dich mit deiner Seele zu vereinen, damit du den großen Schritt für deine Fülle gehen kannst. Weil zum Beispiel ist meine Fülle eine andere Fülle wie deine und dass du das für dich auch wirklich lernst, loyal dir selbst zuzusprechen, deshalb beginnt heute eben dieser Lebensweg für dich. Die Weisheit kommt in der Geldthematik. Hier kommt von außen Geld oder du wirst viel Geld nach außen geben. Ganz egal, welche Spiegelung du durchlebst, mach dir keine Gedanken, mach dir keine Sorgen. Die Verbindung zum Geldfluss ist dir auf jeden Fall sicher, weil auch hier die Tatkraft für dich spricht. Dann haben wir die Reinigung der Liebe und auch der Thematik Verbundenheit zu allen Ebenen. Da haben wir den neuen Blickwinkel. Auch das ist natürlich etwas sehr, sehr Gutes, weil du dich hier vom Negativen löst. Hier kannst du eben auch in dieses Mitgefühl gehen, weil du die Situation besser beobachtest. Du spürst auch die Verbundenheit zwischen Menschen, zwischen Situationen, zu Erlebnissen und kannst hier sehr, sehr viel Mehrwert mitgeben. Und dann geht es noch um die Loyalitätsfrage und da haben wir den doppelten Herrn. Und das ist natürlich super, weil man sieht, es geht hier in den neuen Faktor Selbstliebe. Also für dich ist gesorgt. Es geht aber auch darum, dass jemand Männliches dir sehr, sehr im Herzen weiterhelfen kann, weil hier auch Entscheidungsfindung, Heilarbeit und deine eigene Person liegt. Es geht also für dich voran. Und das hast du dir auch verdient. Und deswegen sage ich, wir sehen uns morgen, wenn du dein Like, Kommentar und Abo dagelassen hast.